Ach du Scheiße, wollt ihr mich verarschen? Ach du Scheiße. Penispumpe? Oh, wir haben nur den gekickt. Richtig. Ich hatte doch kurze Beinchen. Füll. Ja, ja. Hä? Gnast schreibt er. Super, ist auch geil. Hä? Loll. Soll ich sagen, man kann es erkennen? Ja, ja. Ich denke auch, oder? Ja, das ist wunderschön. Ich denke auch. Oh man, der Streifen im Gesicht. Hä? Hä, gehört das dazu? Loll. Du bist ein Idiot. Ja, die Koppelstones. Mumie, ja man. Ach, ich hätte mal ein bisschen nachdenken sollen. Eigentlich gut gemalt, ja. Eigentlich ja, ne? Ja. Hättest du noch mit Pyramide da nicht gemalt? Ich habe oben auf das U-Net geguckt, weil du dein Herz da gemalt hast. Wird keiner erraten. Echt nicht? So ein kurzes Wort? Ich hoffe, das ist kein Tier. Ah, ich habe es. Ich fand es voll gut gemalt, Daniel. Leute, das wisst ihr. Ganz einfach. Riecht eigentlich gut gemalt. Was ist das? 52, oder was? Nur echt mit 52 Zacken. Ach so. Ach, Keks. Scheiße, Keks. Keks, ja, Keks. Keks. Oh yeah. Oha. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Leute, das ist so easy. Ja, man. Ich nehme jetzt auf und ich mache einen Rückblick jetzt zu dem Video. Eigentlich bin ich schon fertig, aber... Was ist das? Mental bin ich auch fertig nach der Zeit. Ich glaube, die Bezeichnung macht eine IQ zur Hälfte nur noch. Ich kann Dinge sehen. Ach so, äh... Niemals habe ich es gerade erraten. Niemals habe ich es gerade erraten. Sag ich doch, ich war schon fertig. Ich bin so krass, Alter. Ich bin so krass, Alter. Ganz ehrlich. Hä? Kotenascher. Alter. Okay, nimm auf, der Dich. Alter, ich habe gewonnen. Egal, was jetzt passiert. Was? 300 IQ. Ich muss zugeben, das ist wirklich schweres Wort. Alter, ich kam so einfach und ich dachte, okay, vielleicht ist es das. Nein. Alter. Was? Wie kommst du da auf Höhlenforscher? Du kennst das. Du hast das wahrscheinlich schon durchgespielt hier und kennst die ganzen Wörter. Wampe, komm schon. Das heißt, Wampe, komm schon. Ja, Wampe. Oh. Wie hat er denn das... Hä? Ja, Mann. Es ist so gut, dass ich dieses Wort bekomme. Ja, Mann. Wampe rafft es nicht. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass ich das Wort hatte. Ach komm. Wie alt bist du? Ich bin voll fies. Bön. Achso. Hä? Hab's. Auch wieder gut gemalt. Du bist wirklich sehr gut gemalt. Ja. Blowjob passt auch rein, aber dann kam es gerade zu. Oh, da fällt schon schlecht die Runde für mich. Oh, warte mal nochmal neu. Okay, wenn wir jetzt noch nicht wissen, was das unsere... Leute. Oh. Sorry, das war nett gewohlt. Warte. Hä? Ja, ich hab keine Ahnung. Oh, ich bin blöd. Ich kann die deutsche Sprache nicht. Hä, wieso kann ich nicht malen? Ach, ich muss hier draufklicken. Danke, Sascha. Ja, moin. Ja, mach 6,50, ne? Ach, sorry, das sieht behindert aus, aber... Total. Ja. Patrick ist dein Ernst. Ja, moin. Ich hab's einfach Besenstiel mit Doppel-L. Ja. Der Besen, der ist so still, ne? Besenstiel-Bes. Der Patrick, Alter, auf der Folge... Der korrigiert doch, er lässt es einfach stehen. Manchmal schreibt man schön und drückt hier Enter. Das ist immer das Problem. Was ist denn das? Das sind Leiche. Also, schreibt man anders, ich weiß. Also, gesucht ist... Das hier. Ja, guck mal, was ist es? Was ist der Rest? Wichtig ist, dass es in deinem Kopf Sinn macht. Ach so, äh... Wenn wir eine Axt so kommen, dann hat er es. Hm, nee, doch nicht. Ich wollte auch gerade Puzzleteil schreiben. Hm... Ich helfe euch mal ein bisschen. Ich hab's... Oh Gott, ich bin so gut, Alter. Ah. Ah. Ja, voll. Ey, ganz ehrlich, dass ich es erraten habe, ohne dass das Ö oben war. Gut geworden. Ich kann sehr gut meine Geografie kennen. Ja, ab nochmal. Das Land zwischen Tschechien und Österreich kenne ich nicht. Ich hab auch gerade, ich kenne mich gar nicht aus mit Ländern, ey. Ach, scheiße, das sind das lange Beine. Eben zu kurz und jetzt kommen die langen Beine. Ach, du scheißes Wort. What? Boah, niemals, oder? Wie geht das, Alter? Ah. Ja. Oh, ganz schön schlecht ist, ey. Daniel. Gut gezeichnet. Naja, er kann, vielleicht, vielleicht zeichnen. Hahahaha. Ich dachte, ich muss es nicht sagen. Huch, jetzt ist er weg. Naja, es reicht. Muss er raten, den Rest. Patrick, läuft bei dir. No. Abschütze. Ja, es wird es doch auch Scharfschütze im Böken. Was soll das? Und, äh, das hier. Ich weiß nicht, Kompass. Oh, ist noch braun. Ignoriert das, Braun. Ist egal. Ah. Auch wieder gut gemalt. No. Simpler ging's nicht. Oh, what? What? Okay, ähm, okay. Was rauscht denn bei dir im Hintergrund, William? Der Lüfter, glaube ich. Ach, du scheiße. Ey, Mann, Alter. So, und jetzt kommt das Wahre. Ach so. Oh, fuck. Tschüss. Hä? So, darauf kommt ihr nie. Ich glaube auch nicht, aber ich gebe mein Bestes. Wie Patrick. Äh. Okay, ein paar haben sie erraten. Ein paar, alle. Okay. Überlauf. Ah, das ist ein zwei, was? Das ist ein Wort. Hat es zwei Wörter? Ja, das sind zwei Wörter. Okay. Ah, ich weiß es. Nee. Oh. Was, nee? Oh. Oh. Was? Jan, machen wir aus den zwei S was an. Ja, ich hab's gerade. Hab's gerade gemacht. Warme Schokolade. Aber gut gezeichnet. Ja. Oh, scheiße. Ah, das wollte ich gar nicht nehmen. Das war dumm. Sorry. Was hast du genommen? Ja. Hier, guck mal. Das ist ein guter Wort, ne? Ja, richtig dumm. Ja, fertig. Ja. Sorry. Denk mich am Arsch. Wohl dem, der am schnellsten tippen kann. Ja, oder der, keine Ahnung, Geografie hat. Hatten wir doch eben schon. Spanien. Hatten wir doch eben schon. Spanien. Ah, ich wollte es nicht nehmen. Aber ich finde es total bescheuert, dass man es zweimal bekommt. Nun. Hehehe. Äh, was nehme ich davon? Ah, ich kann alle drei nehmen. Ich kann alle drei sagen. Nein, du darfst nur eins. So, das hier. So, so. William. Zwiebel. Was ist das? ich habe die ganze zeit lebkuchen mann oder sowas im kopf gehabt das passt nie da oben rein das wurde sehr interessant so noch nicht fertig was ist denn bitte ein dachgeländer ich sehe tausend wörter mit dach da drin ich weiß nicht um es geht das ist ja schon mal richtig der es ist man könnte natürlich auch machen nee das ist so ist am besten eigentlich könnte jetzt natürlich ein verband hinzeichnen wir sind aber es ist okay ich weiß es ach du scheiße ich weiß nicht mehr machen Ja, wollte ich. Oder mit Rot oder was. Ach, ignoriert wieder die Farbe. Ähm. Ne. Tiere-Marmus haben ein Problem. Nur andersrum halt, ne? Hä, aber was? Hä? Vogel haust nur andersrum. Mensch, sei doch nicht so. Der Hausvogel. Mensch. Grün. Ja, der Maus halt, ne? Was ist das denn? Ja, sieht man doch. Echt scheiße gezeichnet. Ja, ja. Ich muss sagen, ich finde die, äh, wie hieß sie denn? Die Brieftaube super. Oh, mein Gott. WTF ist das ein Brief, Alter? Das sieht aus wie... Das ist eine Adresszeitung. Wie ein Hausvogel? Wie eine Flugpost sieht's aus. Du musst ihn da rein. Ups. Du musst ihn da rein. Ah. Es hört sich an, als ob im Hintergrund die ganze Zeit einer Bong raucht bei dir. Mh. Kampffanzer. Ein Panzerwerfer. Ein Panzerschreck. Ein Panzerwerfer. Ein Panzerwerfer. Ein Panzerschreck. Ein Panzerknacker. alle leute kommt schon so schwer ist es doch nicht immer ich war ich merke dass hier keiner von euch bei der bundeswehr war richtig ich übel keiner was das ist echt schlecht leute das ist schlecht gezeichnet wo ist denn deine faust alle den ganzen tag pubg aber wissen nicht was eine panzerfaust ist ja übel man wollten mir alle keine punkte gönnen ich weiß es doch das ist auch aber das ist schreck was ist denn mit ihm los was ist denn ich weiß was es ist oh beschreibt mir den scheiß soll das ein penis sein oh man alter alter geht nicht um den film ich kann nicht zeichnen also das kann ich echt nicht zeichnen tier ist vorbei das ist total bescheuert ach du scheiße ach du scheiße ach du scheiße warte ich hab ne idee ähm ähm hey alter 30 punkte hinter will ja und 10 punkte vor jahren ja 10 punkte vor mir mache ich das am besten ganz schweres wort nein ha 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 das gibt's doch nicht Alter ich war wirklich nicht langsam gerade das muss ich schon sagen unglaublich oh nein der fisch hat mich gerettet man hat mich von hat auch wir